Kommen wir hoch? Oder brauchen wir noch extra Gas? Nein! Was ist denn das? Ja, kann auch verbrannt werden. Alles wird mitgenommen. Uiuiuiuiui. Äh, stopp, wollte ich nicht. Entschuldigung, weiter Gas geben. Ja, okay. Dann geben wir so Gas. Oh, da ist wieder. Oh, stopp. Ja, okay. Es hat rums gemacht. Es hat rums gemacht. Äh, nein, da will ich nicht hin. Ach komm schon, Mackie. Du weißt wo. Mackie, bitte. So. Was dürfen wir denn jetzt hier machen? Da oben ist ein roter Knopf. Stopp, nicht Gas geben. Was machst du denn? Hier kommen wir auch nicht lang. Ach, wir müssen... Ah, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Alles Klärchen? Dann hüpfen wir hier hoch. Dann drücken wir mal auf Enter. Und auf Erdes wieder ohne mich. Ach du scheiße sicher. Jetzt ist es ein U-Boot. Krass. Äh, ach cool. Stopp, stopp. Was auch immer das ist. Ich möchte das haben. Kann ich das behalten? Bitte. Oh. 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 Oh, oh, oh. 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 Vollgemüllt. Achja, kein Wind mehr. Zack. Dafür jede Menge Müll. Oh Gott. Müll. Warte. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Warte, warte, warte. Wir arbeiten dran. Aua. Upsi. Wacka. Komm, Gas, 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 Gas. Machen wir ja nicht lang rum. Sieht mir aus, als ob hier lauter Kerosin rumliegt. Oh, ich kann auch während der Fahrt raus. Bin ich denn verrückt? Was machen wir denn hier? Können wir mal weitermachen? Ah ja, okay, okay. Ich befürchte Schlimmes. Mädel. Mäcki. 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 Ja, ja. Vollgas. 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 Und dann müssen wir mit dem Superspeed hier raus wahrscheinlich, oder? Oder auch nicht. Okay, Handbremse rein. Was ist hier los? Hm. Hier ist ein Haken. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Sehr schön. Moment mal. Wenn wir eh grad hier sind, dann können wir auch unseren Müll gleich mitnehmen. Die Luken öffnen. Danke. Huch. Oh, dieser Stuhl, ne? Hier nervt ja alles. Hier ist viel zu wenig Platz. So, einmal reinhauen. Moment. Wenn wir unseren Staubsauger aktiv, ne? Ähm. Und zieh uns mal jetzt raus hier. Schön. Komm. Komm, noch ein Stück. Noch ein Stück. Du schaffst es, Lizzy. Oder Lucy. Lucy hatten wir sie genannt. Du schaffst es, Lucy. Sehr schön. Du bist einfach toll. muss man das ding wieder abmachen stopp mal stopp mal nicht wieder zurück hörst du auf zurück zu rollen ich könnte mir ja gas geben auf auf du saugst hinten alles auf was du findest auch die lampe über alles überfahren hier hoch schwupp alles schön war dieser stuhl stuhl kiste haben wir noch eine neue lampe das war jetzt nicht so geplant naja gut aber wir gehen jetzt nicht gleich ein mit ressourcen pass mal auf wir machen nämlich jetzt das hier weg und die nicht leuchtende lampe dahin irgendwie ist hier gerade so leise nein ich will das nicht nein lass mich aus hörst du auf verdammt nochmal hör auf immer die schalter zu drücken weißt du was wir machen das als nächstes ok wind ist kacke dann müssen wir vollstoff geben ich würde mich ja am liebsten ganz oben einfach hinstellen und sagen so und feuer frei aber die energy die ist ja recht schnell immer vorbei ne was ist eigentlich das zeichen da das zweite von rechts ach das ok das wird wahrscheinlich bald kaputt gehen ja ja ist ja gut gas geben äh quatsch gas geben alles gut alles gut alles gut also staubserhäuser gar nicht an moment mal was haben wir denn jetzt gemacht wann brennst du moment mal warum sollen wir nicht gewendet was am arsch wollen das wie irgendwas ist kaputt nein hör doch auf du kommst du hier zu gar nichts hörst du auf zurück zu rollen das habe ich dir nicht erlaubt ich muss erst mal reparieren das unser radio macht wieder pieptöne kein wind also gut gehen wir weiter versteht das nicht was sagt die da drin ok wir haben wieder nachschub ganz viel stoff machen wir hier gerade soll das so sein soll das so sein hmm ja scheinbar ne ich kann hier lang laufen das ist nichts drin was machen wir hier ist es jetzt richtig oder man weiß es nicht man weiß es einfach nicht ich laufe jedenfalls sehr lange ok ich laufe jedenfalls sehr lange ok ich verstehe ich verstehe ok ok das können wir natürlich auch tun wir bauen eure zukunft mit kriegsschiffen oder sind es transportbote was sind denn das für oh oh ähm ok das ist jetzt richtig gemacht ich habe keine ahnung was passiert denn hier jetzt schon wieder macht mal langsam nur mit bevor es wieder losrollt wo eigentlich auch gleich verfüttern lucy hat hunger ein wind also gut glaubst du auch ist an da unten ist nicht noch zwei kisten oder drei sogar ne die nehmen wir natürlich noch mit ich hau alles in unseren living room rein ach come on was alles da rein alles wird hier verhackstückt wird nichts mehr aufgehoben hat ja gar keinen sinn hier ich habe ja nirgendwo mehr platz so rein da das lassen wir hier mal stehen das lassen wir auch mal stehen staubsauger läuft kein wind dann müssen wir gas geben ja dampf dampfen wir ab ach ja ok jetzt sind wir allmählich in gefühlen da war wohl keiner mehr so mehr da zum langfahren wir bahnen uns uns quasi uns nicht ja ja so gut feuer frei komm attacke alles weg machen ah fuck aufdrücken feuer frei ab ins unbekannte gut wir sind da perfekt haben wir gut gemacht liegt da noch was nee ähm was liegt denn da unten wollen wir jetzt da hochgehen was ist das daddybär sieht jedenfalls aus ab in unsere kutschelecke so bitte einmal hoch danke oh was zum teufel ist denn jetzt los oh das ist ein ah ok das ist eine faire das ist ja hoffe ich nicht gefährlich hahaha ja ich weiß wie ich darf das machen naja andererseits Lucy hat für uns die ganze Zeit geschuftet jetzt können wir auch mal für Lucy schuften aber Mädel Respekt du hast Kondition ich wäre jetzt schon K.O. eine Sefa die ist lustig eine Sefa die ist schön ja aber da waren trotzdem schon wieder Leute weil ähm wer hätte sonst sowas gebaut aber die coole Idee ja ich würde trotzdem mal interessieren was mit dieser Welt passiert ist das ist so dieses ähm typische das ähm die ganze Länder haben aufgerüstet und ja dann kommt es irgendwann zu dem was kommen muss nuklearer Schlag und die ganze Welt ist K.O. man weiß es nicht man weiß es nicht lass uns mich mal lass uns mich mal hier aussie danke nein da lang dein Wind gut ach du blöder Knopf bleib doch einmal drin meine Güte hab ich dir gesagt du sollst hier raus hab ich dir das gesagt ja oh du feuerfrei D zu oh höppel 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 aah eieiei was ist das wir machen aber auch immer irgendwas kaputt nämlich fahren reparieren ähm okay jetzt hier da oben ist auch ein Knopf da an der Seite ist ein Knopf ach das ist da oben ach das ist ein Aufzug alles klar wiii einmal nach oben bitte ähm hallo hier ist die Ressourcenpolizei haben sie Ressourcen eingelagert die ich äh konfiszieren ach je was ist denn hier los wund mal bevor wir hier wild Knöpfe drücken was macht denn der da er macht erst mal gar nichts alles klar gut ö ö okay was passiert hier ich will ähm erst mal zusammen nicht zusammen okay was ist das alles klärchen und jetzt zusammen oder auch nicht jetzt zusammen kann mal jemand dem kleinen Mädchen die Maschinerie hier erklären die ist leicht überfordert ja warum gut dann halt nicht mach doch was du willst lass mich hier weg hm hier runter komme ich auch nicht mehr alles klar dann streng jetzt mal dein Köpfchen an das geht auch nicht das soll jetzt mal ein Masterplan wenn wir jetzt zusammen tun das interessiert nicht wenn wir jetzt runter tun hey ach so ach so ähm wir kriegen neue Räder ist das so sehr schön was machen die dann anders also ich will mich nicht beschweren das Spiel ist schon schön es ist jetzt nicht so ein bombastisches äh Feuerwerksexplosionsspiel aber es ist echt schön oh cool neue Räder so und wir gehen jetzt wieder nach unten alles klärchen ok wind ist äh mau dann gehen wir jetzt weiter Gas nein ach komm schon Maggie knopf berühren vollspeed feuer frei na 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 du möchtest nicht jetzt einfach hier wieder rausgehen ok auf zu neuen Abenteuern und neuen Ländereien oh cool 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 alles wird aufgesammelt hoffe ich jo jetzt macht der wieder ach man bleib doch einfach mal an ok moment wieso ist die eigentlich jetzt an raus oder was ne die ist auch an äh schmeiß doch mal nicht die Lamping raus äh so hoch mit dir ich befürchte die Lampe wird beim nächsten Ding sowas von fliegen aber wir stellen die jetzt einfach mal da hoch hörst du auf zurück zu rollen aus habe ich dir nicht erlaubt ähm ne 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 du Ball bleibst bleibst ne stopp so was ist denn das eigentlich ist das ein Schild oder was falsche Richtung sieht so ein bisschen aus ne na gut kein Wind das soll uns nicht abhalten äh Gas zu geben oh Mist wir brauchen hier Energie was es ist ja völlig also diese Explosionsdinger die sind ja echt übel machen wir ja alles kaputt ja Moment wir müssen mal reparieren hier aber er macht auch alles voll ähm Moment ähm ja das ist schön und jetzt ich stehe mir wieder da wieder ruf ne wir haben Wind ah alles klar alles klärchen auf auf zu neuen Ufern bin gespannt wir denn noch so alles kriegen warum verlieren wir eigentlich Energie das ist unser Staubsauche der da wenn man Energie frisst ja ne äh Miggi was machst du da machen wir uns denn Staubsauche auch so lange wir nicht brauchen ich bin die Königin der Welt und fahr alles zu Bruch sag na gut aber es ist wieder Zeit für unseren Staubsauche anzumachen sicher ist sicher ach schön sehr entschlo passiert da was nein alles klar ist nur ein Grafikeffekt ja ach schön sehr beruhigend sehr entspannt ich weiß nur noch nicht so genau wo uns die Reise alles äh so hinbegibt kann das sein dass unsere Segel immer kaputter gehen das hintere ganz links das war doch nicht so zerschlissen oder meine Löcher waren ja schon vorher drin es ist Tatsache wir verlieren kontinuierlich ein bisschen Energie ich enttäuscht das vor allem hier kommt ja nichts mehr also gut Staubsauche wieder aus hm müssen wir schauen dass wir wieder ein neues Segel kriegen so richtig coole oh was haben wir denn hier sieht aus wie so Riesentriebwerke ah wisst ihr was das ist könnt ihr euch noch an das Plakat erinnern äh wir bauen für die Zukunft ist das so ein Ding sieht so ein bisschen danach aus ja jedenfalls auch so Füßchen da an der Seite ja genau das ist doch so ein Teil Windräder oh Staubsauche Staubsauche kein Wind mehr Rückwärtswind das ist schlecht Silkele einfahren danke wieder zu Normalenergie ne äh zu Dampfenergie da sauge ich ihn da gerade ein meine Güte guckt mal einmal nicht auf die Straße dann kommt irgendwie so eine Scheiße an was ist denn das äh lass mich mal da vorbei oh ein kleines ähm 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 Segelboot Spielzeug was kommt in unsere Grutschlecke und wir brauchen noch Platz so danke bin gleich da Moment mal sind das irgendwie für eine Kiste hier keine Ahnung wird verschrottet so wie war es die Kiste nehmen wir hier hoch du sollst nichts löschen okay meine Damen meine Herren was haben wir hier zu tun '''' '' '''' '' '' '''' '''' ''''